Um mit dem Echelon von Level 14 auf Level 15 zu kommen, müssen wir 10 Gegner in No Man's Land auf Gollum Island töten, ohne entdeckt zu werden, 2x8 Gegner mit einer Handfeuerwaffe in der Prototyp-Werkstatt von Gollum Island töten ohne einen einzigen Fehlschuss und 3x2 Gegner in 4 Sekunden mit einer Handfeuerwaffe im Lava Duct of Gollum Island. Das ist auf der Karte hier, hier und hier. Deshalb bietet sich hier das Biwak, Sektor 3, nördliches Biwak, sehr an. Einmal hier ganz hoch. Oben angekommen, Pistole ausrüsten und dank der optischen Tarnung aus Operation Motherland sollte das alles gar kein Problem sein. Wobei wir die hier glaube ich nicht mehr brauchen. 3x2 Gegner innerhalb von 4 Sekunden. Wo ist der andere hin? Der andere läuft jetzt noch da hinten rum. 10, 9, 8, 7, 6, vorbei. Verdammt. Nächster Versuch, gibt ja genügend Gegner hier. Wo haben wir die nächsten Gegner? Da. So, jetzt bist du dran, mein Freund. Da haben wir die ersten. Das Ganze noch zweimal. 1. War das zu spät? War das wirklich zu spät? Da läuft noch einer rum. Wir gehen mal hier runter. Oh, da unten ist gar keiner. Oder doch? Das war zu langsam. Verdammt. Den musste ich ausschalten. Das war Nummer 2. Und das war Nummer 3. Damit haben wir die erste Aufgabe erledigt. Auf zur Prototyp-Werkstatt. Und zwar mit einem Fallschirmsprung von dort, wo wir hochgekommen sind. Und direkt Fallschirm öffnen. Und dann kommen wir easy bis da hinten hin. Bis zur Prototyp-Werkstatt. Und da sind wir auch schon. Und hier müssen wir 2x8 Gegner mit einer Handfeuerwaffe töten. Ohne einen einzigen Fehlschuss. Bleiben nur noch die 10 Gegner ohne entdeckt zu werden in No Man's Land. Und hier ist alles sehr, sehr neblig. Übrigens hier in dieser Ecke. Und deshalb aktivieren wir hier die Wärmebildsicht. Und natürlich bei Zeiten auch die optische Tarnung. Denn mit dieser sollte das Ganze ein Kinderspiel werden. Eins. Zwo. Drei. Fehlen nur noch fünf. Äh, nee, sieben. Zehn müssen wir erkillen. Noch sechs. Fünf. Vier. Richtig gut. Ein bisschen aufpassen wegen der Tarnung. Drei. Ist da einer? Nee. Noch drei Gegner. Ja, ich habe den weiter oben gesehen. Aber wir dürfen ja nicht entdeckt werden. Deshalb habe ich mich entschieden, den Distanzschuss nicht zu wagen. Zwei. Zwei. Null. Und damit sind wir auf Level 15. Nice. Haben wir es geschafft. Geiler Scheiß.